hallo zusammen und willkommen zu diesem video da ist er endlich ihr lieben der mk3 der neue rechteck filterhalter aus dem hause rollei ich hatte ja das große glück dass rolle mir schon vor einigen wochen mal zum testen zugeschickt hat und das habe ich natürlich auch ausgiebig für euch getan ich hatte ihn sogar bei minus 15 grad in schweden im einsatz aber was ist jetzt neu am mk3 im gegensatz zum bisherigen mk2 und vor allem klären wir die frage lohnt sich der umstieg wenn du vielleicht den mk2 hast auf den neuen mk3 rechteck filterhalter all das wie immer in diesem video der mk2 von rollei war ja bislang der standard rechteck filterhalter aus dem hause rollei er war robust er war gut einsetzbar aber hat so das ein oder andere manko gehabt zu erwähnen auch in meinen videos wo ich euch schon mal vorgestellt habe wäre durchaus natürlich die fehlende arretierbarkeit das heißt wenn du den rechteck filterhalter auf dem objektiv hast konntest du ihn nicht fest arretieren ja und auch dieses einschrauben des cpl filters naja war alles andere als komfortabel einstellung des cpl erfolgt er auch bei dem mk2 rückwärtig das ganze doch ein bisschen zum lich muss man ganz klar sagen ja und umso höher waren jetzt natürlich meine erwartungen an den neuen rechteck filterhalter den mk3 wie gesagt rollei hat ihn mir ja schon vor einigen wochen geschickt so konnte ich ihn natürlich zum beispiel auch bei minus 15 grad bei niedrigsten umständen wind und wetter zum beispiel mal in der praxis in schweden testen und das habe ich auch ausführliche gemacht hier zum beispiel auf einem zugefrorenen see das hat durchaus spaß gemacht muss ich euch ganz ehrlich sagen schauen wir uns erstmal was gibt es denn jetzt im lieferumfang beim neuen mk3 mit bei ist wieder die filtertasche und zwar die filtertasche der ihr nicht nur reichlich filter ich habe meine hier zum beispiel von rollei auch drin verstaut verstauen könnt sondern es passt natürlich auch filterhalter rein es passen die adapterringe mit bei tja und da sind wir auch schon ein bisschen beim lieferumfang und schauen uns mal die erste neue optik vom mk3 denn da hat sich tatsächlich ein bisschen was getan natürlich kann zugrund liegen natürlich das design nicht absolut revolutionieren denn du hast eine rechteck filterplatte und die muss natürlich auch in irgendeine rechteckige filteraufnahme aber das design ist übersichtlicher geworden das ganze ist netter geworden so würde ich mal sagen wenn wir uns den alten mk2 mal anschauen da gab es ja so diese abstehenden spacigen ecken hier oben all das ist gewichen und es gibt ein schönes design ein schönes abgerundetes design fertigung ist sehr hochwertig muss man tatsächlich sagen das ganze aus flugzeug aluminium sowie rollei das selber angibt das heißt es ist natürlich sehr leicht dieser grund filterhalter auf der rückseite hat sich auch ein bisschen was getan wir sehen es hier schon und zwar gibt es natürlich damit wir wissen das eckige auf das runde bekommen brauchen wir einen grundadapter einen runden adapter einen schraubadapter mit dem wir dann entsprechend den rechteck filterhalter adaptieren auf unser objektiv können das ganze ist hier fest verbaut in einem grundring mit einem filterdurchmesser 82 mm dieser grundring den kann man entnehmen dafür gibt es jetzt hier einen neuen orangen knopf gut gekennzeichnet und damit wenn ihr drauf drückt könnt ihr den grundadapter entnehmen zusätzlich zum grundadapter wenn er jetzt sagt mit 82 wie hier beim 1535 von kennen habe ich gar nicht na klar es gibt wieder step up oder step down wie je nachdem wie ihr das wollt ringe und zwar reichlich von rollei da ist ja eigentlich immer alles dabei was man sich wünscht passend natürlich auch in die entsprechende filtertasche mit rein könnt ihr also unterwegs natürlich immer nutzen der grundfilterhalter dieser adapter den ihr habt den müsst ihr natürlich weiterhin auf euer objektiv schrauben genau das machen wir mal wir schrauben den auf in meinem fall 1535 von kennen und dann sehen wir weiter wie es weiter funktioniert so das ganze ist drauf montiert und da bei diesem filterhalter bei dem grundadapter gibt es schon die erste neuerung denn bislang war es ja so der mk2 war ja ähnlich hast du hinten einen druckkopf gehabt dann konntest du den grundadapter entnehmen das ist ähnlich denn wir haben auch hier weiterhin druckknopf wir setzen das ganze seitlich auf drücken hinten auf unseren knopf und dann ist das drauf dann sitzt der rechteck filterhalter bereits auf unserem grundadapter aber jetzt gibt es schon wirklich die erste sehr sehr gute neuerung und zwar kann ich den nicht mehr bewegen der sitzt nämlich fest jetzt das hängt damit zusammen dass diese dieser druckknopf dieser orange druckknopf hinten jetzt quasi einen druckpunkt bekommen hat einen zusätzlichen das heißt wenn wir diesen knopf jetzt hier leicht reindrücken dann können wir den filterhalter bewegen wenn wir loslassen dann ist arretiert das liegt nämlich daran dass man dem grundadapter hier so ein ganz 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 feinen zahnkranz außenrum verpasst hat und der ist wirklich so fein da könnte ich jetzt nicht mal sagen das sind millimeter schritte es ist viel viel feiner also kannst ganz ganz genau jetzt hier deinen rechteck filterhalter im horizont zum beispiel verändern einfach hinten ein bisschen drauf drücken drehen zack arretiert und das rastet dann immer so wirklich in ganz 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 kleinen schritten ein gute neuerung das war ja was was ich bislang tatsächlich bemängelt habe man muss und filterhalter gerade wenn es auch mal windig ist musst du den einrasten können damit er dann tatsächlich stabil wind und wetter trotzen kann so grundeinstellung wir sind fertig jetzt brauchen mit cpl ja der mk2 hatte ja noch diesen etwas fungeligen eindreh cpl feingebinde muss das den ein drehen also richtig mit handschuh ging das auch irgendwie nicht alles man hat was neues gefunden her bei rollei man hat sich ich möchte mal sagen dem bestehenden markt ein bisschen angepasst das ist der neue cpl ihr lieben und zwar wird dieser magnetisch man höre man höre hier vorne in den filterhalter eingeklickt ich habe mich gefreut als ich zum ersten mal gelingen hat gelesen habe so die erste specks or magnetischer rund cpl aber als er dann ankam ja habe ich mir zwei mal angeguckt denn an der stelle also wirklich in ganz ganz fettes lob an diesen ingenieur der sich die arbeit gemacht hat und diese filigrane cpl konstruktion hier erfunden hat denn es ist nicht nur ein runder cpl sondern der hat hier so einen kleinen einkaufshenkel dazu bekommen und dieser kleine bügel an dem du quasi den cpl festhalten kannst kleiner nachteil sieht schon er bleibt eben nicht so stehen in der praxis hat es bei mir ergeben dass ich immer mal wieder mit dem finger hier drauf kommen ihr seht der fällt halt so hoch und runter er soll halt das entnehmen erleichtern das magnetische diese konstruktion an sich die ist tatsächlich so filigran dass man hier oben damit es wenn der dieser hänkel diese haltegriff wenn der runter fällt hört es vielleicht dann ist da noch mal ein kleiner magnet und erhält das also der fällt auch nicht von alleine raus und konstruktion ist also fantastisch was er heute so geht so das ganze magnetische lieben eingeklickt fertig das finde ich gut kein umständliches schrauben mehr passt diesen cpl kann man jetzt natürlich auch einstellen das ganze erfolgt wieder rückwärtig wie es schon beim mk2 war aber man hat ein bisschen dazugelernt ich finde diese rückwärtige einstellung nicht 100 prozent optimal aber man hat es ein bisschen verbessert und zwar sind die eingriffmulden die sich auf der rückseite des grund adapters befinden die sind ein bisschen größer geworden das heißt man kann jetzt hier schon gut ankommen das funktioniert auch mit handschuhen auch mit ein bisschen dickeren hand schon funktioniert es es gibt andere lösungen die vielleicht besser sind aber es funktioniert gut dadurch dass man das tatsächlich noch mal ein bisschen vergrößert hat alles super kleiner nachteil den ich jetzt erkannt habe gerade wenn du im winter draußen bist wenn du nämlich die cpl entnehmen möchtest dann wird es ein bisschen pummelig und zwar gibt es nur eine möglichkeit heranzukommen und das ist natürlich hier an diesem kleinen bügel wenn das ganze verstaut ist es ist schließt super ab es ist auch gerade um das ganze auch lichtig zu machen damit du keinen großen spalt zwischen filter und filterhalter bekommst es ist alles super es ist gut konstruiert aber es ist natürlich schwierig daran zu kommen du musst hier tatsächlich hier mit dem finger kommst du gar nicht hinter weil es gibt keine eingriffen molde das hätte ich besser gefunden wenn man hier oben an dem bereich wo man den cpl rausnimmt vielleicht noch mal so eine vertiefung gehabt hätte dann wärst du besser an diesen griff rangekommen jetzt ist es so du musst mit dem fingernagel reingehen und auch nur an dieser stelle klappt ihn raus nimmst raus das ist natürlich okay ihr seht je nachdem wo er steht jetzt klappt er wieder so ein bisschen runter das sind aber das ist heulen auf ganz ganz hohem niveau muss ich euch ganz ehrlich sagen die grundidee diese magnetische finde ich super ein klipsen fertig hoch also wesentlich einfacher schon mal als das mk2 hier mit dem schrauben super gelöst die einschübe sauber brauchen uns nicht drüber unterhalten ich habe mich ein bisschen gewundert dass rolle von dem guten schien system wie dann ja rückschritt möchte ich nicht sagen man hat es verändert beim mk2 hat mir bislang gefallen dass wenn du dein filter eingeschoben hast das seitlich druck auf den filter ausgeübt wird und jeder filter somit gleichmäßigen druck hat das hat man jetzt wieder verändert in ein schubsystem wo druck von vorne auf den filter ausgelöst wird das heißt wir nehmen uns mal eine filterplatte was haben wir dann hier hat schönen gmd filter software verlauf wenn wir das ganze hier einschieben dann geht es recht sauber ich staune bei dem system das hat ja manchmal so schwächen gerade bei einem anderen filter halter den ich euch aber vorgestellt habe ist dieses system natürlich so dass du dann wenn du das zu groß konstruiert schnell die gefahr hast dass es wackelt der roller hat hier sehr sehr genau tatsächlich auf dem millimeter gearbeitet das heißt wenn ihr dsd einschiebt da wackelt überhaupt gar nichts also das passt alles super gibt es überhaupt nichts zu meckern ich fand das system mit den seitlichen einschub ich persönlich ist meine persönliche ansichtssache fand ich gut finde ich eigentlich besser roller hat jetzt anders gelöst warum auch immer sie werden sich was bei gedacht haben was funktioniert es funktioniert sehr gut filterplatte läuft sehr sauber auch zweiter einschub auf eine zwei miteinander kombiniert zwei filter läuft das ganze sehr sehr sauber jetzt ist mir aufgefallen dass wir beim mk3 nur noch zwei einschübe haben das natürlich ein kleiner rückschritt denn der mk2 hatte ja drei filter einschübe und das finde ich gut wir waren zwar ein bisschen grob verschraubt hier vorne aber drei einschübe jetzt werden viele von euch sagen ja braucht man drei einschübe wenn ich sowieso schon cpl habe wenn ich vielleicht ein bisschen länger belichten an der see zum beispiel brauche ich ein nd und ich brauche ein nd filter aber es ist tatsächlich manchmal so dass ich tatsächlich drei filter nutzt vielleicht kombiniere ich auch mal ein nd filter vielleicht kombiniere ich auch mal zwei gnd mit einem nd und dann brauchst du die drei jetzt hat sich rollei auch da was nettes einfallen lassen was neues einfallen lassen was innovatives einfallen lassen und zwar für alle die wenig zeit haben wenn sie unterwegs sind beim fotografieren denn anderer grund würde mir dazu nicht einfallen hat roller jetzt gesagt hey wenn du eine dritte schiene brauchst kein problem kriegst du bei uns allerdings nur im zubehör und zwar gibt es zusätzlich zwei filter schienen die das system dann um einen dritten einschub quasi dann erweitern diese zwei filter schienen lässt sich rolle allerdings gut bezahlen mit zehn euro aktuell auf der website hätte man vielleicht mit reinpacken können aber gut nicht jeder wird sie brauchen wer sie braucht kann sie sich zusätzlich kaufen da gibt es ein ziemlich nettes neues system und zwar seht ihr schon hier vorne gibt es keine schrauben mehr das was jetzt beim markt 2 noch geschraubt war mit einer kreuzschraube ist hier vorne gewichen auf dem filterhalter das heißt man hat das ganze rückwärtig geschraubt und um es jetzt zu wechseln müsst ihr die schrauben nicht lösen sondern es gibt einen schnellwechsel system das ganze ziemlich einfach so schiebt ihr einfach nur diese haltekappe nach innen und könnte dann rausnehmen das ist quasi so ein klick system was man sich hier hat einfallen lassen und dann könnt ihr ganz einfach euren filterhalter na wo sind sie hier sind sie ersetzen vorne auf setzen zur seite wegschieben und habt ihr die dritte schiene drauf auf der anderen seite machen wir das mal auch also es geht sehr sehr einfach für alle die jetzt sagen mensch das möchte ich erweitern ich brauche auch den dritten einschub hier aufsetzen schnelles system warum das jetzt so ein schnell wechselsystem sein musste kann ich euch nicht sagen denn mir fällt keine situation ein in der ich schon mal fotografiert und gedacht habe jetzt in den nächsten fünf minuten schnellen dritten einschub und danach muss ich den schnell wieder raus wenn die drinnen sind sind die drinnen habe ich mir vielleicht überlegt rolle gute qualität habt ihr gesehen auf den tisch gefallen nichts passiert jetzt habe ich mir natürlich überlegt okay vielleicht hat rolle jetzt gesagt wie ist es denn mit der vignettierung vielleicht ist es ja so wenn ich diese dritte schiene drauf habe habe ich eine einbuße habe ich aber nicht vignettierung habe ich grundsätzlich leider bei 15 mm sie ist sehr deutlich bei 17 mm ist sie verschwunden das heißt also weitwinkliger als 17 mm 16 15 müsst ihr halt mit leben dass er eine vignette drin habt das ist leider so das liegt aber an der größe des cpl und nicht an den einschübschienen das habe ich ja erst gedacht dass man jetzt bei rolle gesagt hat hey wir lassen die dritte schiene weg dann können wir weitwinkliger das ganze anbieten für weitwinkligere objektive ist aber nicht der fall wenn die tierung ist drin ob ihr die dritte schiene drauf lasst oder nicht macht keinen unterschied deshalb ja nette idee mit dem schnellwechselsystem aber die frage ist brauchst du das schnellwechselsystem ich habe auch schon rolle angeschrieben denn so wie ich meine filter hand habe gibt es ein kleines problem mit diesen schienen das zeige ich jetzt nämlich mal wenn wir mal hier die bruchfeste platte aus gorilla glas von rolle der nichts passiert ist also hier auf meinen tisch gefahren ist und zeige euch mal wie ich jetzt meine filter einschiebe damit der filter nicht verkantet wenn ich hinter der kamera stehe das ist jetzt eine praxisbezogene anwendung mal dann stecke ich diesen filter ein nehmen so meine hände damit ich das ganze gleichmäßig einschieben kann und seht ihr was dann gerade passiert ist wenn ich hier nämlich druck aus über nicht aufpassen dann gerade mit handschuhen ist mir das in schweden passiert immer wieder passiert da war es sogar so dass ich dann festgehalten habe du hast ja nicht ganz ganz so das gefühl dafür dann sind die tatsächlich beide rausgerutscht und runtergefallen das geht nämlich zu leicht ihr lieben jetzt liegt einer auf dem fußboden den lassen wir da auch liegen ihr habt das problem gesehen ich weiß nicht wie ihr euren filter vielleicht fasst ihr auch so an und schiebt den so rein das ist jetzt natürlich eine anwendung sache ich persönlich macht das so damit ich den rein schieben kann gleichmäßig auch ein gefühl da fasse ich meinen filter halter so an habe ich auch viel bei workshops gesehen dass andere teilnehmer das auch so handhaben das könnte dann natürlich problematisch werden das ist aber nur bei den aufsetzen bei denen bei der dritten filter schiene denn dadurch dass sie natürlich ein bisschen stärker ist hast du mehr angriffsfläche wenn du die normalen abdeckungen hier auf machst auf den markt 3 das machen wir noch mal dann besteht das problem nicht denn die angriffsfläche ist hier viel zu dünn du hast hier nicht heute ist ja was los habt ihr das gesehen dass ihr rollei outdoor maxi test so hier ist zu wenig angriffsfläche bei den schienen ihr könnt hier wenn ihr hier auf fast ist das überhaupt kein problem selbst wenn ich das so handhaber da drückt sich nichts nach vorne deswegen ist es mir tatsächlich auch erst im praktischen einsatz aufgefallen als ich die dritte schiene montiert habe wenn du anders deinen filter einschiebt hast du damit kein problem aber wie gesagt muss das ein schnellwechselsystem sein ich weiß es nicht also es macht ja keinen unterschied und welche mir dann für zehn euro ohnehin die zu den filter schienen gekauft habe ja schraube ich halt hinten an dann sind sie auch dran rollei wird sich was bei gedacht haben vielleicht komme ich auch noch die auf die idee was es sein soll was sie sich dabei gedacht haben ja lieben das sind die grundlegenden neuerungen die es gab jetzt gibt beim mk3 von rollei es gibt viele gute verbesserungen muss ich tatsächlich sagen ganz vorne für mich natürlich dass ich das ganze arretieren lässt dass du es durch einen knopf hier hinten da gibt es nicht zu viele andere kleine penumselz wurde dran rumdrehen muss ein knopf zwei funktion perfekt du setzt ihn rauf der filterhalter klipsen ein drückst ein bisschen rein ganz super bewegen und du kannst ihn eben in ganz 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 kleinen schritten hier einrasten magnetischer cpl finde ich gute viele von euch werden ihn wahrscheinlich ohnehin drinnen lassen und gar nicht rausnehmen du kannst ihn durch die größeren eingriffen wurden hier hinten gut einstellen auch mit handschuh geht sehr sehr gut das entnehmen hätte man vielleicht anders lösen können und vielleicht hätte man wenn man diesen henkel weggelassen hätte was ja einen großen rahmen erfordert den cbl ein bisschen größer machen können aber man hat natürlich jetzt hier den vorteil dass man das cpl glas das nämlich genau die gleiche größe hat wie vom markt 2 nicht ändern muss das heißt du musst keine neue produktionslinie anlegen sondern kann sagen hey ja gläser cpl haben da hat man jetzt nichts daran geändert ist natürlich auch alles eine kostenfrage denn jetzt kommen auch zum wichtigsten punkt was kostet in der neue mk3 bewegt sich im grunde in der gleichen preiskategorie wie der mk2 da hat man jetzt nicht viel geändert du kriegst verschiedene sets auch hier gibt es wieder nur den grundfilter halter mit cpl mit adapter mit der tasche so wie ich das ganze jetzt hier habe es gibt wieder das set wo du gleichen gnd mit bei hast nach meiner empfehlung ohnehin wenn du anfängst nimm das mit dem gnd gibt es auch zu einem guten vorzugspreis tja und dann gibt es natürlich wieder unterschiedliches jetzt vielleicht wird sie auch mal ein angebot geben dass du sagst mensch jetzt wieder irgendwie den mk2 hat man ja teilweise 149 euro mit gnd bekommen aktuell natürlich zur markteinführung da wird das wahrscheinlich erstmal noch nicht geben finale frage wenn ich den markt 2 habe lohnt sich der umstieg auf den markt 3 ich würde sagen das müsste jeder selbst entscheiden wenn dich das schon immer gestört hat mit diesem eindreh cpl wenn du jemand bist der den ständig rausschraubt ständig reinschraubt dann solltest du vielleicht überlegen ob du das neue modell holst aber grundlegend wenn du den soliden markt 2 sowieso hast und du bist damit zufrieden und du bist auch mit der dritten schiene zufrieden die nicht ausfällt weil sie nämlich festgeschraubt ist lohnt sich wahrscheinlich der umstieg nicht so richtig wenn du jetzt aber grundlegend überlegt einzusteigen in die filter fotografie dann würde ich ihn tatsächlich bevorzugen bevor du noch den das alte modell sag ich mal so dem markt 2 nimmst nimm gleich den markt 3 da hast du ein innovativeres produkt wo man tatsächlich so ein paar kleine details sehr sehr gut verbessert hat ob der die dritte einschübschiene braucht ist jedem selbst überlassen ich werde sie jetzt gleich mal suchen meine dritte einschübschiene liegt nämlich jetzt irgendwo im fußbohren da unten ja ansonsten in der grundausstattung super da passiert das eben nicht ja der mark 3 von roller ihr lieben man hat einiges verbessert da muss man ganz klar sagen bei anderen sachen muss ich sagen ja sollte man vielleicht noch mal nachgucken so dieses mit der dritten schiene irgendwie also es erzielt sich mir auch war warum das so schnell gehen muss warum das ein schnell wechselsystem sein muss vielleicht wenn du als fotograf auf flucht bist dann ist es nützlich aber ansonsten ich weiß es nicht ihr lieben der markt 3 schreibt mir mal eure gedanken zu dem neuen rechteck filterhalter gerne unten in die video kommentare denkt ja auch dass ein wechsel sinn macht vom markt 2 offen 3 oder sagt ihr mal mit vielleicht gerade einsteigen ja ich denke schon dass die verbesserungen auf jeden fall für mich interessant sind und ich mir deshalb den markt 3 holen werde ja ansonsten wenn euch die kleine praktische vorstellung mit den vorn nachteilen die es ja auch leider hier gibt gefallen hat dass man für das video doch gerne einen daumen hoch da weil wir uns künftig in einem meiner neuen videos wieder sehen wollen und hab's noch nicht getan dann abonniert doch gerne meinen kanal in diesem sinne ihr lieben bis dahin bis zum nächsten Mal Vielen Dank.